Musik Ladies and Gentlemen Willkommen zu Episode 1 von der Battle Season Mit Peter und Ihr OneFastBotUnverschämt Gut aus deinem Moderator Peter fasst dich schon an den Kopf Weil er so gespannt ist Was tue ich überhaupt hier Was mache ich los mit meinem Leben Und die erste Episode beginnt mit FIFA Ich habe mir gedacht so Wir sagen vielleicht nicht nach jedem Also nach gar keinem Part sagen wir wie viel steht Außer nach FIFA jetzt weil FIFA der erste Part ist Um Ich hatte gleich so vor Wenn wir nachher alles aufgenommen haben Weil ich erst alles hochladen Wenn ich alles gerinnert habe Und dann etc Und wollte ich eigentlich immer so hochladen Einmal gewinnst du Einmal gewinne ich Was wenn wir spannend halten können So was noch nie lassen kannst Tu ich auch So jetzt bin ich mal gespannt Mit wem du spielst Wir machen Match denn natürlich aus Weil es ist total uninteressant Wie die Teams drauf sind Weil ich sowieso Jetzt holst du hier Wenn du jetzt die Dings holst ne Die Legends damit Mit Rudi Förderung Dann schlag ich dir ins Gesicht Ja er will sich real holen Oder Barca Nein Wenn ich schon so scheiße Ladies and gentlemen Ich fick ihn mit Schalke Versprochen Ach das ist so scheiße aus Ich nehme das klassische Trikot Mit Kärcher vorne drauf Teammanagement Machen wir natürlich auch Ich auf jeden Fall Ja ich weiß dass du da keine Ahnung von hast Wen haben wir denn Fährmann ist bei uns im Tor Was soll das denn Ey die ganze Aufstellung Ops Das wollte ich nicht Mir gefällt die Aufstellung nicht Ich möchte Hallo Ihr Huren Atta Nein ich möchte mit Wie spiele ich denn eigentlich immer So spiele ich eigentlich immer 4-5-1 Das sieht sexuell aus Das sieht echt sexuell aus am Haar Suarez Hä Was ist dein Problem Junge Was ist du denn jetzt Ich hab kein Problem Ich frag mich was dein Problem ist Nichts Nimmst du Suarez Den Beißer Nimmst du den mit Ich nehme alles mit was ich kriege Alter Echt Jedes Latt Und sein muss ja Iiii Haben wir den linken Verteidiger Den wir gebrauchen können Ey Ja Kolasinac Oh geil Neustadt auf rechts Seid ihr behindert Ha Fuchs Ja sicherlich Im Zentralen Auf jeden Fall So sieht hier aus Wir haben gerade Vor Start drücken Ne Kreis So Tempo Das Ding wird ein Startknopf Ja klar hier Options Aber das gilt als Start eigentlich Also So Hüntelar Boateng Höger Das sieht doch mal Echt fesch aus So kann man doch gewinnen Ich hab das Gefühl Dass ich faul auf die Fresseklicke Weil ich sehr viel Keine Minute im Spiel 3-0 Nein Das mach ich nur beim Computer Sag der und tat es trotzdem Ähm Anweisung Ja mann decken wir ganz schön Ne Haben wir hier sowas Das hab ich mal früher ganz gerne gemacht Auf Kreis ist ähm Schießen aufs Tor X ist normal passen Oder Was 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 Ja gesagt lass mich gerade an Auf Kreis schießen wir aufs Tor Ja Kreis schießen Äh Dreieck tödlicher Pass Also Steilpass Ja das macht schon klar Vier Eck flanken X pass Okay Ähm R1 schnibbeln Ne also so Oh Ja wunderschön Ne So ich jetzt gar nicht L1 lupfen Mh L2 Dribbelmodus Und äh Effekt Torschuss Okay Also so so Vollspann quasi Und auf R2 sprinten Okay Hier mit Dribbeln Kann ich irgendwie mal einen Spieler Wechseln Mit 1 Okay Aber nur welchen Ball nicht hab Ist klar Genau Ähm wo grätschig Vier Eck Kreis ist normaler Angriff Mehr muss ich nicht wissen Ja ich weiß Das dachte ich mir schon fast Mehr muss ich nicht wissen Ich mein gut Ich kann das Spiel auch so machen Dass ich so viele Roten krieg Dass du automatisch gewinnst Dann halt ich schon mal die Niederlage Weil unten Du weißt schon dass du eine Niederlage Mit 3-0 hast Ja genau Ist besser als ein 10-0 Na gut Jetzt müssen wir gucken Jetzt schon kein Bock mehr Jetzt ist das schon See Ja jetzt schon kein Bock mehr Alter Ich muss auch sagen Ich bin ja mit Aufs Teaster Heist Hell Teaster Seele Bin ich als Schalke Fan Ich weiß gar nicht wie das mit dir ist Bist du eigentlich Schalke Fan Das war mal Also ich bin immer noch so Für Schalke Aber nicht mehr wie früher Dass ich auch die Aufstellung weiß Also die Aufstellung weiß ich auch nicht mehr Weil der Trainer so ein bisschen dämlich ist Und was Spieler die alle haben Das vor ein paar Jahren Wusste ich zum Beispiel auch Immer die ganzen Spieler Okay vor ein paar Jahren Da hat Kevin Koran noch mal Schalke gespielt Oh Kev Koran Ich bin kein Kevin gegen den FC Barcelona Ich hätte mir schon dann Bock mehr Warum spielen wir in Schalke Das ist so uncool Der FC Schalke Gut das geht so voll mit Das ist so sexuell schon wieder Hahaha Hahaha Das ist ein bisschen Das ist bestimmt nicht an der Das ist ein bisschen Das ist aus dem Kuhl Was ist das? Das wird für jeden Gegner zum Hexenkäffen Oh Gott sieht der Scheiß aus Mein Spieler steht da wie so ein behinderter Omel Ey Das war die Metze im Hext Das war ein Brüllkäfer Brüllkäfer? Das klingt wie das sexuell Vielleicht musst du das ein bisschen runter erstellen Bei 9 Dezibel Sonst hat man uns ein bisschen Schlecht gehört ey Aa始 signiyorum Jetzt geht es los Ich bin rot Peter ist Blau Und der blaue פal ist auch und der blaue Pfeil ist auch Nähäääääää Ach legt mich doch hart Ach hütt sicher ja nein doch ja doch das war doch never the game spring dir in mir das boah alter never the game otto ey ja sicher guck mal guck mal guck mal guck mal ich hab den nicht mehr reden der hatte sein bein schon vorher am arsch du hast mich voll weggekickt man so fach fun oh klasse der ist ja jetzt schon drin dass sie jetzt schon kommen wo ist jule hat der nicht so guten der ist voll scheiße ich bin eigentlich nicht so ein freistuchsexperte muss ich ganz ehrlich zugeben wieso sehe ich das kommt dass er voll drin ist so wie der tor schon steht ich kann echt nur ja mit ansage mit ansage da ist das ding da ist es mit ansage gefickt euch doch alle hart oh wunderschön heiße sache ich sag's ja da kommen wir nicht ran ja der ist schon drin das bringt er erst theoretisch ich glaub wärst du gesprungen hätt's ihn gehabt ich weiß nicht mal wie man springt ich glaub mit dreieck ja klasse man kann doch stellen die mauer mit 11 der 1 ja ich tu das nicht so viel weil ich nicht so viel faule ja ich spiel FIFA gar nicht also ne das ist also weiß ich es auch nicht okay 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 nein gott abgefangen nein verfahren was tust du ich auch wie aggressiv wo wäre der reingegangen angehalten hast du 1 gedrückt zum schlenzen hast du 1 gedrückt zum schlenzen nein musst du machen ich glaube dann wirst du auch aufs vorgekommen uhr uhr scheiße uhr scheiße warum krieg ich den komischen schwarzen da nicht weil das verfahren ist man jetzt ab schnell noch nicht in barcelona fand das scheiße die müssten alle schnell sein man das ist scheiß barcelona auch jeder schlaf denn nicht mal ja ja konnte nein nein ja jule 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 was so ne scheiße er ist so abgrundtief hessig der kerl der beste scheiße alter the best who's there ever was fucking scheißdreck mein neuer olaf thon mann zack so eine scheiße jule jule so ok nochmal oh lionel messi wirst du eigentlich dass der sich voll krass tatuiert tätowieren hat lassen ja auf seinen armen doch glaube ich hab schon mal gesehen so oh das ist der schmerzart geworden nein nein zuhör es nicht nein ey fairmann nicht da rumstehen ich wollte gerade sagen muss auf ecke sein raketic der ex schalker mit vierecken also flanken also ich mach das immer mit r1 und viereck weil die flanke dann so reinkommt und dann immer nur ungefähr bis zur hälfte nicht zu viel sonst haust du ihn halt weg ja mal gucken oh der kommt halt echt gut ey wa mit r1 ja r1 gerückt halten und dann flanke rein weil dann kommt die so ein bisschen bananen mäßig ja ein bisschen schräger ja ist echt top ey genau und da hat man halt keine chance oh komm ey fick dich hart du fotzer den hätt doch nie harm du ja so gut ist dein vr garne fährt man das richtig gut ey scheiße komm faffan komm jetzt zeig mal wo du herkommst dieser buschkaffer das ist unfassbar ey alter willst du dich verarschen oder ist hier los ey boah mal gucken wie weit ich komm alter das ist ein bluder buschkaffer das hält oh mann ja oh klasse oh klasse oh klasse wo steht da keiner von mir nein fuck ärgerlich jeff jeff wo ist er oh verdammt oh verdammt oh verdammt da ist er der hat der schlägt wieder zu da mach ein tor überhaupt mal was oder so weiß ich nicht wer hast du drin von testigen hast du nicht warum hast du auch nicht testigen drin hoppla guck ihn dir an zack an ihm vorbei piqué wer ist das zack mit dem außenriff macht der das alter meine fresse der kann ja mal gar nichts der scheiß keeper hünteler alt aber bombastisch war immer noch geil bin immer noch halb schlamper ja echt so snake warum bist du so scheiße alt ich bin immer noch ey aah aah pfff 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 oh mann dieser hässliche jule zum falschen nein der steht gar keiner jule jule zack und übersteiger und an ihm vorbei fick dich hart und übersteiger an ihm vorbei fick dich hart alter und ball mitgenommen und stehen geblieben und wieso krieg ich nicht den spieler den ich haben will mann schwul und jule kracht jule schade jule das kann nicht wahr sein direkt nehmen wir das in der Armahndstadt Deutschland haha scheißdreck alter huhh huhh hih 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 aber ich hab nicht so viel bei besitze wie ich gedacht ich hätte vielleicht ich hab gedacht ich hab 62% ungefähr einen Schuss ausfohlen props der aber der war echt gefährlich da hat du das 1 zu 1 machen können das wird sie was du möchtest und bei uns halt extrem warm ich weiß gar nicht ob man im Hintergrund den Ventilator hört Peter hört man auf jeden Fall haha ich weiß nicht weil ich weiß nicht ob man ihn hört wahrscheinlich hört man ihn aber es mir echt egal ist so warm hier wie viel Gras haben wir draußen bestimmt oh wie der Jule er verpisst dich meine Freize neben Höger wir sind langsam voll auf den Sack hier ey demnach alter schön gemacht Kolo Asinac nein ja Benni was machst du nein doch nein ja nein nein Mann f*** dich doch alter oh Ralf ein Scheißdreck alter na krasse oh fuck da läuft Juve Juve Juve? wer ist Juve? Jule Oh Elfmeter der war außerhalb der war außerhalb scheiße alter der war nicht der war außerhalb oh shit das darf nicht wahr sein ey halt die Fresse ähm hier mitmachen ne was wie springen gleich so jetzt legt er sich den Ball hin ich muss gar nichts anderes drücken ne so musst du machen in die Richtung wo du hin möchtest okay das ist ja mittlerweile einfach gerade ha 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 ich mir dabei schicken auch scheiße heiss wolltest du erst ins rechte Eck gehen ja dachte ich mir schon fast scheiße ey das ist was geiles mit diesem Tritt kannst du irgendwo kannst du gegen ihre Spieler umhauen oh mit dem Glück hast du verletzt nichts dabei du kommst du gibst und ich krieg hier Karten ohne Ende du hast jetzt eine Karte gekriegt zwei in den Elfer gab es auch noch einer schön ja man schön rausgespielt uns das war das sport bei dem was mich jetzt ein das war ich nicht das scheiße hier im vorliegten drücken auf die piste würde du kommst du dann bist du wechseln das ist beendet ich glaube du hast den Ball ja ich habe den Ball aber können wir so vorgucken ja du hast den Ball der Ball kommt auf dich zu dann wird die Chance und gleich hat er geschaffen fertig oh was nur weil er schwarz ist Alter ich bin doch auf der Höhe mit dem anderen Lutscher da fick dich halt da du scheiß Buschkaffer Mann ey nur weil ich weiß bin dämlicher Penner Jule Jule Mann Alter gib mir den Scheiß das war nix ey was ein hässlicher Körperinsatz ey Scheiße Hüntela Hüntela aus der Entfernung macht ihr ihn Alter fick dich hart ey schade guck mal bravo Hüntela hüntela Oh was Das ist jetzt dein Ding, ey. Schön. Nein. Schön gemacht. Das darf nicht wahr sein. Jeff, ich heiße Jeff. Alter. Scheiße. Hitler kann nicht dribbeln, hab ich vergessen. Packt sie auch noch aus dem Maul, ey. Nein, 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 nein. Warum schießt du nicht? Marco. Alter. Das kann nicht wahr sein, ey. Das ist so eine Pisse. Das ist doch hart, gay. Ja, warte, bis der Ball auf dich zukommt, ey. Scheiße, ey. Oh, Mann. Nein. Nein. Mann, verpiss dich. Aus meinem fucking Bereich hier. Mann, warum dauert das Passspiel so lang? Den soll der Ball eigentlich nicht geben. Egal. Schön gemacht, Höger. Ja. Wo man nochmal Spielerwechsel. Ja, eins, glaub ich. Nein, da hast du da zu langsam für, das ist auch schon völlig fertig. Ja, gar nicht mehr. Alter, man ist halt kein D-Zug, ne? Meine Fresse, ey. Ja, bam. habe ich gemacht das ist die zwölf das ist so ungefähr ausrechnen kann man es nicht das ist auch scheiße das hat besser viel machen das ist doch behindert ey, das ist doch mega behindert weiter auf international musst du komm ich nimm auch in international, pass auf erstmal so die behindertsten Mannschaften, ich nimm in die Nieren ich hab auch drüber nachgedacht, dass ich irgendwie Linkes nehme ey, als ich in Afrika war, ich glaub es gibt keine ich nehm Neuseeland ich nehm schwarz na klasse, da kenn ich auch jeden ne ich kenn da gar keinen von aber sowas von Null ey ähm voll haben die auch alle nur 60 Mann, wie schlecht die sind einfach ja wow, manchmal ein der schwarze hat 75 ja, wo voller schwarzes ey naja, ich hab ja komm scheiß drauf ach quatsch ja, das willst du doch umstellen, man, die haben alle unter 60 Junge die sind halt so schlecht wie du akzeptier das ach scheiße ach quatsch ja du wolltest sie in jahre nehmen, dann nennen sie auch ach 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 2 ich hab gesehen ja und es ist halt jetzt money boy money boy mann money boy kreditsberg alter junge fick dich halt hart jetzt hast du was gedrückt jetzt bin ich grad drauf gekommen ich bin zu weit nach wenn ich rechtsgekommen bin den soll er da eigentlich nicht gehen und es entwickelt sich eine möglichkeit oh da hat er ihn stehen lassen da hat er ihn stehen lassen was alter fick dich um dich rum du Hure das darf nicht wahr sein oh der wärs doch schön gewesen 9 kennst du schon rucks ach kacke kannst du nicht über mach nicht von auf ansage was sind die vielleicht mit guten spielern aber nicht mit schlecht du hast du hast schon augen gemacht hast gesagt nein warum weiß er wie er heißt wenn es da unten vielleicht steht du holst wieder zum twixler hier alter nein das ist die Tiki-Taki-Technik von den Tiki-Taki-Technik Tiki-Taki-Technik geht doch mal einer dahin ey man das ist doch mega hart gay ey warst du heute morgen eigentlich schon arbeiten? fuck äh ja und dass ich Wochenende hatte ey oh nein 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 ja verdammt schn Joey wird instinkte sich nicht reden vor allem sind auch noch historian hier du bist auch in den Mann das ist eine Nationalmannschaft mal hallo auf die Frauen WM geguckt um die das hier führen auf Bauspiel gemacht haben wo ein Hahn gezogen 4 Thomas der Oma 9 bald z.a.a. ha 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 scheiße mann da steht doch gar keiner mann meine Fresse ey das kann doch nicht aah Mick Lynch hat Nenchi mann heißen ihn wie Ranjit oder so ha 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 das ist unfassbar und Bonita ha 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 was NEIN 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 meine Fresse das darf nicht wahr sein kann nicht das darf nicht warum warum Nimm doch den Ball du Honk alter Pekka wo die von Pekka ja was nice Alter das war nix man mann ganz teile an Trigo gezüpfelt scheiß parteiischer Dreck Schiri ey ach zu weit da kam mein langes Holz nicht ran oh verdammt oh verdammt oh verdammt wo die ha 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 mann das war so ein schönen Hitlergruß in die Welt schicken hallo ja hat er die die Erditor ganz die Welt oh mann den hat doch schon zu viel ha 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 was aber die Kreisrückung nachher zu machen ging nicht es ging halt einfach nicht hässlich ey irgendwann irgendwann krieg ich dich da mir kommt viel zu gut NEIN mann scheiße das ist das Ergebnis der Pause MIST da hab ich EINE scheiß Chance dann nutze ich es wenn er den macht ey ich hab mir sogar Controller zerbissen einfach nur boah von zwei in die Mangelium Sandwich NEIN ich muss doch irgendwie durchdribbeln können ey mit Australiern fuck you fuck you ja nein verdammt einmal geklappt seitdem nie wieder NEIN schon kreisgedrückt fuck ey ich kennst du schon Thomas kennst du schon Thomas einen wie ich gar nicht kennst der mit zwei mit einer die mit einer mit einer mit einer mit einer Mann, das darf nicht, das fass ich gerade nicht. Oh, fuck, ey. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Oh, Mann, scheiße. Die sind doch nicht einfach durchlaufen da. Boah, Junge. Warum nicht? Kennst du schon Thomas? Schimmer deinen scheiße Lie... Oh, oh. Thomas, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, scheiße, alter. Da verpasse ich mich in meinen eigenen Straffraum. Es geht mal gar nicht klar, ey. Das Problem ist, ich will erst gar nicht versuchen zu trippeln. Weil sonst, das... Ja, will ich auch nicht viel. Ich stoppe immer nur halb mal den Ball, ey. Mecklinche! Ich hab Inder, die können nur rennen. Oh, Bagdalena. Inder, ich bin Inder. Ich bin so hart ums Threaten hier. Oh, ja. Die sind halt einfach heiß, ey. Nein, Mann! Jetzt. Fah, wah? Was soll das denn? Absatz. Oh, ja, fick dich hart, du scheiße Glatzenpenner, ey. Rassistenschwein, nur weil ich Inder bin, ey. Scheiße. Schrie, ist mir scheißegal. Tunnel, bitch. Alter, ich weiß... Alter, Schiri! Willst du mich farschen? Du hast Vorteil. Das war ein klares Foul. Gelb-Rot vom Fältisch, Sau. Ja. Mann. Voll hinten die Knie. Ich laufe Krohle, war schon aufs Eis, ey. Mann! Schwule, fatze. Füßel, der schon mit mir oben ist. Das ist so ein Platz, ey. Nein, Mann! Mann, das kann doch nicht angehen, ey. Junge. Piss dich. Piss dich auf meinen Strafraum. Genau! Mach nur ein neuer. Oh, Vater. Der liebe Rode Herzen. Wer lacht denn, der reingegang, ey? Ja, ich aber auch. Wie war das, man schießt auf den Kugluck aus der Mittellinie vor? Ja. Einmal unhaltbar, ey. Ich hab gedacht, ich schieß den Torwart an. Von dem, der deswegen... Ich hab Gelb für mein Foul gekriegt. Ja, sicherlich. Versucht Peter schon die ganze Zeit. Brüll hier schon... Das darf nicht wahr sein, Junge. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Warum steht der da? Och, nee, abseits. Schön. Boah, hat ihn so schön mitgenommen. Ganz klar. Mayen! Gretchen, um. Tänke den um. Mach ihn kaputt. Oh, verdammt. Oh. Alter. Zieht der mir die Beine um am Arsch. Was, nur Geld. Ja, da war doch ein anderer. Der hätte eventuell noch was machen können. Am Arsch. Geil, Alter. Zieht er mir die... Guckt euch das an. und das schmack ist, Alter. Nicht. Scheiße. Nein. Wow. Da springt es ja, Alter. Da springt es jetzt mal in eine Großmutterhöhe und die ist schon tot, ey. Boah, das wäre knapp, ey. Nein, Alter. Alter, nee. Das hast du jetzt nicht erwartet, ne? Hast du gerade unter die Mauer? Alter, das kann nicht wahr sein. Du weißt, wie ich das gemacht habe? Gut Glück hast du das gemacht, ey. Ne, mit L1. Alter, schießt er da gegen mich durch. Boah, nee, ey. Der einzige gute Spieler in meiner Mannschaft ist der Torwart, ey. Und ich bin einfach nur scheiße. Der hat schon so vieles abgewendet hier in diesem Spiel, ey. Das wird eigentlich schon höher stehen. 1-0, Alter. Ja, ja, ja. Ich tauschte das E mit dem A. Was? Ich tauschte das E mit dem A bei dem einen Raid. Alter, scheiße, ey. Ich hätte da auch ein Unentschieden rauswirken können. Ja, klar. Dann hättest du den Fahrtuch noch länger ziehen können. Dann hätte ich die nächste, äh, mit nächstes zu spielen, dann hätte ich ein richtiges Team genommen. Ja, das war's mit dem ersten Battle Season. Ja, ich kann's gar nicht, Battle Season, das ist ja idiotisch. Mit der ersten Folge der Battle Season, ja. Das heißt, 1-0, es geht an mich, ja. Und wir sind... Scheiße, das ist... Halt der mal. Wir wissen doch gar nicht, wir haben ja alles, was wir aufnehmen wollen, an Konsolen, haben wir heute mal vorbereitet. Und wir gucken mal, was wir als nächstes spielen. Ich weiß nicht, von mir... Es ist keine Einkündigung. Willst du Mortal Kombat denn weglassen und das mit den J-Stars machen? Ähm... Können wir machen, ja. Mal, das war dein Vorschlag. Denn, kurze Info dazu, dass wir statt Mortal Kombat... Bei Mortal Kombat keinem sowas. J-Stars vs. Plus Super oder wie auch immer das Scheißspiel heißt. Spielen. Ja, irgendwie so. Also würde ich sagen, ich hab's gefallen. Na, kannst du dir noch etwas sagen? Ist scheiße. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!